Mein ETF ist zu teuer geworden. Es gibt mittlerweile viel günstigere ETFs. Da stellt sich natürlich die Frage, kann ich mein ETF einfach durch einen günstigeren austauschen? Das Problem ist nämlich, dass du Steuern und Ordergebühren zahlen musst, wenn du deinen alten ETF verkaufst und durch einen neuen ersetzt. Wann sich das trotzdem lohnt und wie du Steuern sparen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Markus von Finanzfluss und ich investiere inzwischen schon eine ganze Weile in ETFs. Jedes Jahr kommen aber immer wieder neue und günstigere ETFs auf den Markt und da bekommt man natürlich schon manchmal den Eindruck, dass man irgendwann einen viel zu teuren ETF bespart. Der günstigste ETF aktuell ist der Amundi Prime Global ETF und der hat eine sogenannte TER von 0,05% pro Jahr. Das bedeutet, jedes Jahr werden 0,05% von der Kursperformance an Kosten abgezogen. 2005 sah das allerdings noch ganz anders aus. Der günstigste ETF, der in dem Jahr aufgelegt wurde, hat 0,5% pro Jahr gekostet. Der war also zehnmal so teuer wie der heute günstigste ETF. Das bedeutet, wenn du vor längerer Zeit mit dem Investieren angefangen hast, kann es sehr gut sein, dass du einen ETF hast, der heute vergleichsweise teuer ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob es sich vielleicht lohnt, den ETF zu verkaufen und dafür einen günstigeren ETF zu kaufen. Neben Kosten gibt es allerdings auch noch andere Gründe, aus denen du vielleicht den ETF wechseln könntest. Du hast vielleicht mal einen ausschüttenden ETF gekauft, weil du die Ausschüttungen am Anfang motivierend fandest, aber langsam findest du es ein bisschen lästig, die Ausschüttungen immer wieder zu reinvestieren, also möchtest du den alten ETF verkaufen und durch einen neuen, thesaurierenden ETF ersetzen. Dazu haben wir gleich auch noch eine Frage aus der Community. Und der dritte Grund könnte sein, du möchtest dein Depot einfach ein bisschen übersichtlich halten, hast vielleicht mal die Strategie gewechselt und hast einfach keine Lust, Altlasten in deinem Depot liegen zu lassen. Es gibt aber auch zwei Gründe, die gegen einen ETF-Wechsel sprechen, nämlich einmal die Ordergebühren und einmal die Steuern. Ordergebühren fallen immer dann an, wenn du einen ETF verkaufst und vielleicht auch, wenn du den neuen wieder kaufst. Und Steuern musst du immer auf deine Gewinne zahlen. Du siehst ja in der Broker-App oder im Co-Pilot den Gewinn, der schon angefallen ist, und den müsstest du dann versteuern. Wenn du also einen ETF einfach verkaufst und dafür einen anderen kaufst, werden dir diese Steuern und Gebühren abgezogen. Und die fehlen dann in deinem Vermögen und dadurch entgeht dir natürlich auch Rendite. Wenn allerdings die Steuern und die Ordergebühr bei dir sehr niedrig sind, weil du zum Beispiel bei einem Neo-Broker bist, wo es keine hohen Ordergebühren gibt, und weil du noch nicht viel Gewinn gemacht hast, dann spricht nichts dagegen, den ETF einfach so zu wechseln. Wenn du aber wie die meisten schon etwas länger investierst, dann muss man eben abwägen, was sich jetzt am Ende lohnt. Und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Szenario Nummer 1. Du möchtest dein ETF aus Kostengründen wechseln. Wenn du das machst, dann sparst du ja auf der einen Seite jedes Jahr Geld, dadurch, dass der neue ETF günstiger ist, und auf der anderen Seite hast du einmalige Ausgaben für die Ordergebühr und die Steuer. Und das Ganze lohnt sich dann, wenn du die Kosten durch die jährliche Ersparnis irgendwann wieder raus hast, also wenn sich die Kosten amortisiert haben. Genau dafür haben wir dir einen Rechner gebaut, mit dem du ausrechnen kannst, ab wann sich diese Kosten amortisiert haben. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung, und den gucken wir uns jetzt einmal im Screencast an. Wir haben jetzt hier den Rechner geöffnet, und jetzt müssen wir einmal den Wert vom aktuellen ETF eingeben. Wir nehmen hier einmal 50.000 Euro an. Die TRR von unserem aktuellen ETF beträgt 0,15, und die vom neuen ETF beträgt 0,05. Wir wollen ja von dem aktuellen ETF in den neuen ETF wechseln. Wir haben also eine Differenz von 0,1%. Das ist das, was wir sozusagen dann an Gebühren in Zukunft sparen, und wir rechnen mal mit Transaktionskosten von 10 Euro für den Verkauf und für den Kauf der neuen ETFs. Das ist ein bisschen viel, aber es gibt viele Broker, bei denen man so viel zahlt. Und dann drücken wir einmal auf Berechnen. Und jetzt sehen wir, dass wir durch die TER-Differenz 50 Euro pro Jahr sparen. Wir zahlen allerdings einmalig 20 Euro Transaktionskosten, und da sieht man auch auf den ersten Blick, dass sich das nach dem ersten Jahr schon gelohnt hat, nämlich genauer gesagt nach fünf Monaten. Jetzt müssen wir allerdings auch die Steuern berücksichtigen, die ja auch anfallen, und dazu setzen wir einmal das Häkchen bei Steuern berücksichtigen. Dann müssen wir hier noch einen Gewinn eingeben. Das ist der Gewinn, den wir nämlich am Ende versteuern. Die Kapitalertragsteuer und den Freistellungsauftrag können wir so lassen. Und ganz wichtig bei Aktien-ETFs ist, dass die Teilfreistellung berücksichtigt wird. Wir klicken hier einmal auf das Häkchen, und dann wird das auch ein bisschen erklärt. Bei Aktienfonds, die mindestens 51 Prozent Aktien drin haben, gibt es nämlich eine Teilfreistellungsquote von 30 Prozent. Das heißt, einfach gesagt, das ist sozusagen ein Steuerrabatt von 30 Prozent, beziehungsweise ihr müsst nur 70 Prozent von eurem Gewinn versteuern. Dann drücken wir einmal auf Berechnen, und jetzt sehen wir hier, dass wir 50 Euro TER sparen pro Jahr. Das kennen wir ja schon. Die 20 Euro Transaktionskosten kennen wir auch schon. Und durch diesen Verkauf müssen wir jetzt 660 Euro Steuern zahlen. Und das Ganze amortisiert sich erst in 14 Jahren. Das heißt, 14 Jahre lang muss man 50 Euro sparen, um diese gesamten Kosten dann wieder drin zu haben. Das sehen wir auch ganz gut in dieser Grafik. Am Anfang sind wir ein bisschen im Minus oder ganz gut im Minus. Und dann sind wir irgendwann plus minus null. Und dann machen wir nach dem 14. Jahr Gewinn mit diesem Geschäft. Allerdings ist das Ganze ziemlich einfach gerechnet, denn wir haben nicht berücksichtigt, dass der Betrag, den wir durch die Steuer bezahlt haben, in unserem Depot nicht mehr für uns arbeiten kann. Das heißt, uns entgeht Rendite. Und außerdem müssen wir ja ganz am Ende, wenn wir unser Depot irgendwann liquidieren, auch nochmal Steuern zahlen. Und das können wir ausrechnen, indem wir oben im Rechner einmal die Methode wechseln auf Opportunitätskosten. Opportunitätskosten, das ist sozusagen der entgangene Gewinn oder die entgangene Rendite, die wir hiermit ausrechnen können. Wir lassen hier die Werte alle gleich. Wir müssen noch die erwartete Rendite eingeben. Da geben wir 7% ein. Und als Haltedauer nehmen wir mal 30 Jahre. Wir wollen unsere ETFs noch 30 Jahre besparen. Und dann klicken wir hier einmal auf Berechnen. Und dann sehen wir, dass sich das Ganze schon nach 3 Jahren amortisiert. Wir haben nämlich jetzt einen Opportunitätsverlust nach 30 Jahren von 4.157 Euro durch die entgangene Steuer. Allerdings arbeitet ja auch die gesparte TER für uns. Und nach 30 Jahren sind durch diese eingesparte TER 10.386 Euro zusammengekommen. Und das Ganze können wir auch nochmal hier in der Grafik sehen. Hier sehen wir, dass wir am Anfang einen leichten Verlust haben und schon nach dem dritten Jahr break-even sind. Szenario Nummer 2. Du hast einen ausschüttenden ETF und du möchtest zu einem thesaurierenden wechseln. Zu dem Thema haben wir eine Userfrage aus unserer Community bekommen. Jens fragt, ich habe im Februar 2019 bei der ING einen ETF-Sparplan für den Vanguard Fuzzi All World ETF angelegt. Allerdings ist mir erst spät aufgefallen, dass die Erlöse ausgeschüttet und nicht reinvestiert thesauriert werden. Ich stelle mir die Frage, ob es sinnvoll ist, den Sparplan zu behalten oder ob ich den ETF auflösen soll, um den Wert in einen thesaurierenden ETF-Sparplan anzulegen. Oder ist das aufgrund der anfallenden Steuern nicht zu empfehlen? Und dann hat er uns noch ein paar Zahlen gegeben, einmal wie viel Geld er in den ETF investiert hat und wie viel Gewinn er seit Kauf gemacht hat. Wir haben die Zahlen allerdings aus Datenschutzgründen ein kleines bisschen modifiziert. Also, der User hat sich aus Versehen einen ausschüttenden ETF gekauft und möchte den jetzt durch einen thesaurierenden ETF ersetzen. Allerdings hat er den ETF schon eine Weile bespart und hat auch schon ganz gut Gewinn damit gemacht. Es können also bei einem ETF-Wechsel ziemlich hohe Steuern und auch Ordergebühren anfallen. Schauen wir also mal, welche Kosten entstehen, wenn er den ETF jetzt verkaufen würde. Wir haben mal in unserem Depot-Vergleich nachgeschaut. Bei der ING kostet eine Order 0,25% plus 4,90 Euro, maximal aber 69,90 Euro. Der Verkauf würde also 69,90 Euro kosten, also das Maximum. Er würde 634 Euro an Steuern bezahlen und der Kauf würde auch nochmal diese 69,90 Euro kosten. Damit kommt er auf Gesamtkosten von 773 Euro, nur um den ETF zu wechseln und das ist schon echt eine ganze Menge. Auf der anderen Seite spart er allerdings keine Kosten, weil die thesaurierende Variante von dem ETF genauso viel kostet wie die ausschüttende. Allerdings haben die Dividenden für Jens auch einen Vorteil, er kann damit nämlich Steuern sparen. Aktuell schüttet der Vanguard Fuzzi All World ETF 1,63% Dividenden aus. Das könnt ihr auch bei uns in der ETF-Suche nachschauen. Bei Jens würde das dann dieses Jahr ungefähr einer Ausschüttung von 489 Euro entsprechen. Diese Ausschüttung ist niedriger als ein Sparer-Pausch-Betrag von 1000 Euro. Das ist nämlich der Betrag, bis zu dem man keine Kapitalertragssteuer zahlen muss. Bedeutet, er muss die Ausschüttung zum einen nicht versteuern und zum anderen kann er so teilweise den Sparer-Pausch-Betrag nutzen, denn der würde sonst zum Jahresende einfach verfallen. Durch diese Ausschüttungen, weil die unter dem Sparer-Pausch-Betrag liegen, spart er also künftige Steuern. Auch dafür haben wir einen Rechner gebaut, der dir zeigt, wie viel du maximal in einen ausschüttenden ETF investieren kannst, wenn du einfach nur den Sparer-Pausch-Betrag damit ausschöpfen möchtest. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Hier gibst du einfach ein, wie viel dein ETF aktuell wert ist, wie hoch die Ausschüttungsrendite ist, welchen Sparer-Pausch-Betrag du nutzen willst und wie dein ETF versteuert wird. Und dann zeigt der Rechner, wie viele Steuern du aktuell zahlen müsstest und wie viel Vermögen maximal in dem ausschüttenden ETF sein sollte, wenn du den Sparer-Pausch-Betrag einfach nur ausschöpfen willst. In unserem Fall bei der Ausschüttungsrendite von 1,63% kann man maximal 87.642 Euro in den ETF investieren und erst wenn der ETF darüber hinaus wächst, fallen Steuern auf die Dividenden ein. Allerdings sollte man auch hier aufpassen, der ETF wächst ja auch noch weiter über den Betrag hinaus und dann fallen eben Steuern an. Das bedeutet, für Jens würde es entweder Sinn ergeben, den ausschüttenden ETF weiter zu besparen, bis er sich diesem Limit nähert, oder er bespart einfach ab sofort einen thesaurierenden ETF und lässt den ausschüttenden ETF liegen. Denn einfach den Sparplan wechseln und den alten ETF liegen lassen, verursacht keine Kosten. Und Jens hat ja sein Depot bei der ING. Die hat zwar deutlich höhere Ordergebühren als manche Neobroker, dafür können aber Dividenden automatisch und kostenlos reinvestiert werden. Das sind alles Informationen, die du in unserem Depotvergleich findest. Google dafür einfach Depotvergleich finanzlos und dann kannst du gucken, ob das bei deinem Depot auch so ist. Der Nachteil bei dieser Variante ist natürlich, dass man dann in Zukunft mehrere ETFs im Portfolio hat und das könnte natürlich stören, weil es dadurch einfach ein bisschen unübersichtlicher wird, vor allem wenn man nicht nur einen ETF bespart, sondern mehrere. Aber auch dafür haben wir eine Lösung und die zeige ich euch jetzt einmal im Co-Pilot. Also wir nehmen mal an, ich bespare 70% an MSCI World ETF und zu 30% an MSCI Emerging Markets ETF. Und den MSCI World ETF habe ich vor einiger Zeit durch einen anderen ETF ersetzt. Ich habe den allerdings nicht verkauft, sondern ich habe nur einen neuen ETF bespart und dadurch habe ich jetzt drei ETFs in meinem Portfolio. Und das können wir hier auch im Co-Pilot sehen. Ich habe hier einmal den HSBC MSCI World ETF, den iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und den neuen ETF, den Amundi Prime Global. Das ist der ETF, den ich jetzt anstatt dem MSCI World ETF bespare. Und das können wir uns auch nochmal hier unter Analyse anschauen. Und dann klicken wir hier einmal auf ETF. Jetzt habe ich sozusagen ein 60-30-10 Portfolio, aber eigentlich will ich ja 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets haben. Das kann ich hier aber nicht mehr richtig sehen. Das ist mir so ein bisschen zu messy. Und jetzt klicke ich hier einmal auf eigene Gruppierungen und jetzt kann ich hier meinen ETFs Kategorien zuweisen. Dazu klicke ich einmal auf Kategorien zuweisen. Und jetzt kann ich sagen, der HSBC MSCI World, den nenne ich einfach nur World und erstelle den Tag World, den Amundi Prime Global, ordne ich auch World hinzu. Und hier gebe ich einfach EM wie Emerging Markets ein und schließe das Fenster. Und jetzt sehe ich, dass meine beiden World ETFs gruppiert sind und mein Emerging Markets daneben ist und sehe, dass ich ungefähr zu 70% die Industrieländer drin habe und zu 30% den Emerging Markets. Wenn du jetzt aber unbedingt deinen ETF wechseln willst, obwohl das rechnerisch nicht so viel Sinn ergibt, dann könntest du ihn sehr langsam und schrittweise verkaufen und damit vielleicht auch Steuern sparen. Es gibt ja wie gesagt den Sparer-Pauschbetrag von 1000 Euro, der zum Jahresende verfällt. Und wenn du den noch nicht ausgeschöpft hast, kannst du natürlich immer deinen alten ETF dafür nutzen, jedes Jahr einen kleinen Teil davon zu verkaufen. Allerdings solltest du immer nur so viel verkaufen, dass du nicht mehr als den Sparer-Pauschbetrag an Gewinn realisierst. Und das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Bei der Besteuerung wird nämlich immer das First-In-First-Out-Prinzip angewandt. Das bedeutet, dass immer die ältesten Anteile zuerst verkauft werden. Das sind natürlich die Anteile, mit denen du schon am meisten Gewinn gemacht hast. Also Vorsicht, dass du nicht aus Versehen mehr als 1000 Euro Gewinn realisierst. Das funktioniert natürlich vor allem dann, wenn du noch nicht so wahnsinnig viel Geld in ein ETF investiert hast. Denn sonst kann es sehr viele Jahre dauern, bis du den irgendwann abverkauft hast. Und es kommen ja auch immer wieder jedes Jahr neue Gewinne dazu. Das heißt, der ETF wächst auch weiter. Und es lohnt sich natürlich auch nur, wenn du bei einem Broker mit sehr geringen Ordergebühren bist. Es gibt aber auch noch einen weiteren Steuertrick, der ebenfalls dafür spricht, ab und zu mal einen neuen ETF zu besparen und den alten einfach liegen zu lassen. Den erklärt dir Thomas in diesem Video und rechnet auch mal aus, wie viele Steuern man damit eigentlich sparen kann. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.